Hallo, ich bin die Franziska Stein, bin 17 Jahre alt, werde dieses Jahr 18, reite für den Reitclub Tarasal Nürnberg. Ich habe hier in Köps meine siebenjährige Studie Camilla dabei. Die wird heute mit mir ihr erstes Esspringen gehen und deswegen habe ich die Hoffnung, gut ins Ziel zu kommen, ob Fehler oder nicht. Und meine Ziele für 2012 sind, dass das Reiten ein bisschen im Vordergrund steht und ich dadurch viele Erfolge bekomme, auch mit so einem jungen Pferd. Und deswegen hoffe ich, dass es alles so klappt, wie ich es mir erhoffe. Endlich mal keine Lachen.